Earl Spencers Streit mit Meghan Markle über die Anfrage zum Old Soap-Anwesen Das Anwesen gehört meinem Sohn. Stellen Sie sich ein jahrhundertealtes Anwesen vor, das von königlicher Geschichte durchdrungen ist und von Geschichten aus der Vergangenheit erzählt. Nun stellen Sie sich dieses Anwesen im Mittelpunkt eines unerwarteten Dramas vor, in dem Meghan Markle und Earl Spencer eine Rolle spielen. Ja, Meghan Markle, die Herzogin von Sussex, hat angefragt, Zugang zu einem der historischsten Anwesen Großbritanniens zu erhalten, nur um mit einer klaren Ablehnung konfrontiert zu werden. Überrascht? Das waren viele. Diese Geschichte hat alles, was ein königliches Drama ausmacht. Familienvermächtnisse, exklusive Anwesen und eine moderne Herzogin, die mit leeren Händen dasteht. Warum hat Meghan Markle sich an Earl Spencer gewandt, und warum hat er ihr eine Absage erteilt? Er erklärte, dass das Old Soap-Anwesen, ein Ort mit tiefen Wurzeln in der Spencer-Familie, einfach nicht ihr zugänglich sei. Begleiten Sie mich in dieser faszinierenden Geschichte über Adel, Familien über uns die geheimnisvolle Welt hinter Old Soaps verschlossenen Toren. Bevor wir zu den spannenden Details kommen, ist es wichtig zu verstehen, was Old Soap repräsentiert. Es ist nicht einfach nur ein weiteres britisches Anwesen. Es ist der Stolz der Spencer-Familie und blickt auf über 500 Jahre Geschichte und Pracht zurück. Old Soap ist auch die letzte Ruhestätte von Diana, Prinzessin von Wales, eine Tatsache, die dem Anwesen eine besondere Heiligkeit und Ehrfurcht verleiht. Das Anwesen umfasst mehr als 13.000 Morgenland mit prächtig gestalteten Gärten, einem historischen Herrenhaus voller Schätze und sogar einer eigenen Kapelle. Für alle mit einer Verbindung zu Diana hat Old Soap eine emotionale Anziehungskraft. Für Meghan, die in dieselbe königliche Familie eingeheiratet hat wie Diana, ist diese Verbindung alles andere als oberflächlich. Mit all diesem Erbe geht jedoch ein starkes Pflichtbewusstsein und eine Verantwortung einher, die mit dem Erbe des Anwesens verbunden ist. Earl Spencer, Dianas Bruder, hat sich sorgfältig darum bemüht, das Erbe von Old Soap zu schützen und Entscheidungen zu treffen, die die Familienlinie priorisieren. Er hat bereits klargestellt, dass das Anwesen für seinen Sohn bestimmt ist und dass es keinen Platz für Außenstehende gibt, auch nicht für royale Titelträger. Als Meghan sich an Earl Spencer wandte, trat sie in eine Welt ein, die von eigenen Regeln regiert wird, eine Welt, in der Familienloyalität und Vermächtnis so fest wie die steinernen Mauern von Old Soap selbst sein können. Meghan Markles königliche Reise war alles andere als ruhig. Nachdem sie sich von ihren königlichen Pflichten mit Prinz Harry zurückgezogen hat, gerät sie häufig mit der Institution in Konflikt, zu der sie kurzzeitig gehörte. Ihre Verbindung zur verstorbenen Prinzessin Dana, Harrys Mutter, ist in zahlreichen Interviews gut dokumentiert, und sie und Harry haben oft Dianas Einfluss auf ihre Entscheidungen betont. Sie haben sogar Parallelen zwischen Meghans Behandlung durch die britische Presse und Dianas eigenen Kämpfen gezogen. Vielleicht war es diese symbolische Verbindung zu Diana, die Meghan nach Old Soap zog. Einige Quellen spekulieren, dass Meghan hoffte, eine Basis im Vereinigten Königreich zu finden, einen Ort, an dem sie sich mit Dianas Erbe verbunden fühlen könnte, wann immer sie zurückkehren würde. Andere sagen, sie wollte ihren Kindern ein Stück des Erbes ihrer Großmutter näher bringen. Während die genauen Absichten privat bleiben, ist klar, dass Meghans Anfrage aus einem persönlichen Motiv heraus erfolgte. Für einen Moment schien es plausibel. Schließlich, warum sollte Dianas Bruder die Türen nicht für ihre Schwiegertochter öffnen? Als Meghan sich wandte, zögerte Earl Spencer nicht. Er machte klar, dass Old Soap für nur eine Person reserviert ist, seinen Sohn, den Weichhund Old Soap. Für Earl Spencer ist es mehr als nur Tradition, Old Soap innerhalb der Familienlinie zu halten. Es geht um Prinzipien und Erbe. Seine Hingabe, die Geschichte von Old Soap für zukünftige Generationen der Spencers zu bewahren, ist fast greifbar. Warum also reagierte Earl Spencer so strikt? Seine Aussage, dass das Anwesen meinem Sohn gehört, verdeutlicht, wie viel Old Soap ihm und der Spencer-Familie bedeutet. Es ist nicht nur ein Ort zum Besuchen. Es ist ein Familienvermächtnis. Für Außenstehende mag es hart erscheinen. Warum konnte Meghan einen Ort, der mit ihrer Schwiegermutter verbunden ist, nicht besuchen? Doch Earl Spencers Entscheidung spiegelt die Werte des aristokratischen Lebens wider, Pflicht, Erhalt und Loyalität. Aristokratische Familien in Großbritannien haben strikte Regeln zur Erbfolge. Anwesen wie Old Soap symbolisieren Familienmacht und Erbe, die durch die männliche Linie weitergegeben werden, um die Kontrolle der Familie zu bewahren. Diana, eine geliebte Spencer, heiratete in die königliche Familie, und ihre Kinder, darunter Harry, haben eine besondere Verbindung zu Earl Spencer. Dennoch war seine Antwort ein klares Nein, er entschied sich, Old Soap innerhalb der Spencer-Linie zu halten, frei von äußeren Einflüssen, selbst für Meghan. Aber muss Tradition immer gleich bleiben? Hätte Diana, die oft gegen Traditionen vorging, vielleicht anders empfunden? Earl Spencers Entscheidung könnte eine Distanz zwischen Meghan, Harry und der Spencer-Familie schaffen. Trotz ihrer königlichen Verbindung könnten sie den erhofften Zugang möglicherweise nicht erhalten. Diese Haltung passt zu einem größeren Thema in Harrys und Meghans Leben. Sie stoßen auf Widerstände, während sie ihren Platz nach ihrem Rückzug aus königlichen Pflichten finden. Sogar Menschen, die Diana nahe standen, setzen Grenzen. Wohin gehen Harry und Meghan von hier aus? Werden sie weiterhin versuchen, sich mit Dianas Erbe zu verbinden, oder wird dieser Rückschlag ihren Fokus verändern? Earl Spencers Entscheidung zeigt, wie manche Familien das Erbe über persönliche Beziehungen stellen. Er glaubt, dass Old Soaps Geschichte am besten innerhalb der Familie bewahrt wird. Dennoch fragen sich einige, ob dieser strikte Ansatz in der heutigen Zeit nachhaltig ist, besonders da Meghan und Harry rede Finiaren, was es bedeutet, königlich oder aristokratisch zu sein. Möglicherweise öffnet Old Soap irgendwann seine Türen für eine breitere Definition von Familie. Vielleicht entwickelt sich Earl Spencers Haltung weiter, wenn zukünftige Generationen andere Perspektiven einnehmen. In einer Welt, in der Menschen zunehmend an Abstammung und Erbe interessiert sind, könnte Old Soap erwägen, integrativer zu werden. Bis dahin bleibt es für Meghan verschlossen. Doch werden zukünftige Spencers das anders sehen? Nur die Zeit wird es zeigen. Die Geschichte von Miggans Anfrage und Earl Spencers Ablehnung beleuchtet die Komplexität von Familientradition und Loyalität. Für Earl Spencer ist es eine Art, die Geschichte seiner Familie zu ehren, indem er Old Soap in der Spencer-Linie behält. Dies unterstreicht seine Rolle als Hüter seines Stammbaums, eine Verantwortung, die an der aristokratischen Welt schwerwiegt. Für Meghan und Harry erinnert diese Situation daran, dass die Vergangenheit nicht immer Türen zur Gegenwart öffnet. Sie gehen ihren eigenen Weg abseits der königlichen Familie, und dieser Rückschlag könnte sie dazu ermutigen, ein Vermächtnis unabhängig von Titeln oder Anwesen aufzubauen. Die Familiengeschichte mag gleich bleiben, aber wie wir Familie definieren, liegt in unserer Hand. Was denken Sie über Earl Spencers Entscheidung? Hätten Sie genauso gehandelt, oder glauben Sie, er hätte Meghan den Besuch von Old Soap erlauben sollen? Teilen Sie Ihre Gedanken unten mit uns. Lassen Sie uns über das Gleichgewicht zwischen Tradition und modernen Familienverbindungen diskutieren. Und vergessen Sie nicht, diesen Artikel mit anderen zu teilen, die königliche Geschichten lieben. Die Interaktion zwischen Meghan Markle und Earl Spencer enthüllt eine weniger glamouröse Seite des aristokratischen Lebens, in dem Regeln und Grenzen unüberwindlich wirken können. Selbst als Mitglied der königlichen Familie steht Meghan vor unsichtbaren Mauern, von der Behandlung durch die Presse bis zu ihrem Status innerhalb der Familie. Es ist leicht anzunehmen, dass die Zugehörigkeit zur königlichen Sphäre den Zugang zu historischen Privilegien gewährt, doch Earl Spencers Ablehnung zeigt, dass dies nicht immer der Fall ist. Tradition kann manche Türen schwer zu öffnen machen. Signalisiert diese Grenze einen Bruch zwischen alten und neuen Werten, oder schützen edle Familien einfach ihr Erbe? Meghans Anfrage und deren anschließende Ablehnung lehren uns, Erwartungen in Bezug auf Erbe und Familienlegenden zu managen. Ihr Wunsch, sich durch Olsopp mit Dianas Andenken zu verbinden, war noble, doch Earl Spencers Antwort verdeutlicht, dass Erwartungen und Realität nicht immer übereinstimmen. Manchmal kann ein Vermächtnis aus der Ferne geschätzt werden, ohne historische Anwesen besuchen zu müssen. Für Megan und Harry könnte dies eine Gelegenheit sein, ihre eigenen Traditionen und Vermächtnisse zu schaffen. Sie können Dianas Andenken auf unzählige Weise ehren, nicht nur durch einen Besuch an Olsopp, sondern indem sie ihr Erbe auf bedeutungsvolle Weise an ihre Kinder weitergeben.